Wenn man Deutschland mit dem Fahrrad durchqueren will, hat man so einige Routen zur Auswahl. Von Norden nach Süden, von Westen nach Osten, entlang der Flüsse. Es gibt genug schöne Hartwege, beschildert und asphaltiert. Oder man fährt die Bikepacking Trans-Germany. Ein Langstreckenrennen von Basel nach Rügen. 1600 Kilometer lang. 70% davon unbefestigt, 15% Single-Trails. Da mussten wir beide nicht lange überlegen. Die Räder waren schnell bepackt und die Zugtickets gebucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lost in your mind, you got the bends, your time was spent. Wasting away, tasting the days, cold coming, chemicals and brain. Out in the stars again. Wir sind jetzt beim dritten Tag. Wir sind in der Burgruine Greifenstein. Lukas kümmert sich ums Feuer. Und vor mir, hinter der Ruine, ist eine schöne Hütte, in der wir heute Nacht pennen. Und vor mir, hinter der Ruine, ist eine schöne Hütte, in der wir heute Nacht pennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir sind jetzt kurz vor dem Fichtelberg im Vogtland und auf Skiläupen unterwegs. Es hat einfach überall Schnee. Ich habe mir nicht gedacht, ich hätte das schon hinter mir. Und jetzt geht es auf den Fichtelberg rauf. Jetzt haben wir es endlich auf den Fichtelberg geschafft. Auf 1114 Meter oder so. Der höchste Punkt der Route. Leider geht es noch nicht ganz runter. Jetzt müssen wir erst nochmal durchs Elbsandsteckengebirge. Leider geht es noch nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben die letzten Höhenmeter hinter uns gelassen und freuen uns jetzt auf die nächsten 600 Kilometer im Flachland. Wir sind jetzt hier in alten, Handgas, vermutlich aus der DDR. Wir haben leider ein paar Kilometer weiter vorher neben der Straße gepennt, weil wir hier nicht mehr hingekommen sind. Das wäre natürlich wesentlich cooler gewesen. Wir haben es jetzt gestern Abend noch nach Stahlsund geschafft. Heute ist der erste Tag geschwecktes Wetter und auch unser letzter Tag. Jetzt kommen die letzten 70 Kilometer nach Capacona. Jetzt haben wir es endlich, sind Capacona angelangt, 1600 Kilometer hinter uns. Und jetzt geht es nur noch zurück ins Hotel und da springen wir auf jeden Fall noch ins Meer. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt ein Mann Tippin' auf die Wire Tide roll, walkin' fool Balanced on desire Ich bin jetzt ein Mann Ich bin jetzt ein Mann Ich kann nicht kontrollen Ich kann nicht kontrollen diese ever-changing Wasen Ich kann nicht kontrollen Wasen So, wie kann ich sicher Untertitelung des ZDF für funk, 2017